Bisher haben wir gesehen, dass ein stromdurchflossener Leiter ein Magnetfeld erzeugt. Es stellt sich heraus, dass auch das umgekehrte Prinzip funktioniert. Haben wir ein Magnetfeld und einen Leiter, dann induziert das Magnetfeld unter gewissen Umständen einen Strom in diesem Leiter. Diese Gesetzmäßigkeit können wir uns mit dem bisherigen Wissen bereits selbst logisch herleiten. Schauen wir uns folgendes Beispiel an. Wir haben hier ein magnetisches Feld, das in den Bildschirm reinragt und darin eine negative Ladung, die sich mit der Geschwindigkeit V durch dieses Magnetfeld bewegt. Wie wir bereits wissen, ergibt dies eine Kraftwirkung auf die Ladung, die sogenannte Lorentzkraft. Mit der rechten Handregel können wir auch die Richtung dieser Kraft bestimmen und die zeigt nach rechts. Machen wir das folgende Gedankenexperiment. Wir platzieren einen metallischen Stab in diesem Magnetfeld und auf diesem Stab hat es freie Ladungsträger, sowohl positive als auch negative. Sobald wir nun diesen Stab durch dieses Magnetfeld bewegen, bewegen sich auch alle Ladungsträger in diesem Stab drinnen, durch dieses Magnetfeld. Folglich wirkt auf jede dieser Ladungen eine Lorentzkraft. Allerdings, nicht dieselbe abhängig von der Polarisation der Ladung, zeigt die Lorentzkraft nach links oder nach rechts. Dies hat zur Folge, dass wenn wir diesen Stab durch das Magnetfeld bewegen, dass sich die positiven Ladungen links ansammeln und die negativen Ladungen rechts. Sobald wir den Stab wieder still stehen lassen, verteilen sich die Ladungen wieder gleichmässig aufgrund der Gesetzmässigkeiten des elektrischen Feldes, die wir auch bereits gesehen haben. Aber gehen wir zurück zum Beispiel, bei dem wir den Stab mit einer konstanten Geschwindigkeit durch dieses Magnetfeld schieben. Wenn wir jetzt hier einen elektrischen Kreis schliessen über einen Lastwiderstand, dann wird eine Spannung an diesem Lastwiderstand anliegen und schlussendlich auch ein Strom fliessen. Und wie immer möchten wir diese Dinge auch berechnen. Die Frage ist nun, wie gross wird diese Spannung sein? Von welchen Grössen diese Spannung abhängt, können wir mit einem geschickten Raten bereits abschätzen. Nämlich ist es so, dass je schneller sich dieser Stab bewegt, desto höher die induzierte Spannung ist. Ebenfalls wird die Spannung grösser, je stärker dieses Magnetfeld ist und je länger die Distanz, in der dieser Stab wirklich in diesem Magnetfeld drin ist. Und es stellt sich heraus, dass die induzierte Spannung U12 ganz einfach die Multiplikation dieser drei Grössen ist. Ich zeichne diese Länge hier noch ein, damit dies klar ist. Nun ist dies allerdings nicht die Formel, die wir in der Regel antreffen werden in Formelbüchern. Und zwar wird diese Formel in der Regel noch umgeformt. Die Geschwindigkeit v können wir nämlich auch als einen Streckenunterschied dividiert durch einen Zeitunterschied anschauen. Dementsprechend ist die Multiplikation v mal L nichts anderes als ein Streckenunterschied durch einen Zeitunterschied mal eine Länge. Im Prinzip haben wir hier also einen Flächenunterschied, also ein Delta A, wobei das Delta T bestehen bleibt. Und um dies mathematisch noch ganz korrekt darzustellen, können wir dies noch in diese Schraubweise umwandeln, dass es im Prinzip die Ableitung der Fläche über die Zeit ist. Diese Fläche können wir übrigens auch hier drin darstellen. Wie wir bereits gesehen haben, haben wir die Länge hier unten. Die Streckenveränderung wirkt in diese Richtung. Und dementsprechend ist eigentlich das hier unsere Fläche A. Was wir damit sehen ist, dass wir hier noch ein Vorzeichen korrigieren müssen, denn diese Fläche wird mit der Geschwindigkeit kleiner. Wenn wir dies nun alles zusammenführen, dann ergibt sich folgende Formel. U12 ist das Magnetfeld multipliziert mit dem Flächenunterschied mit einem negativen Vorzeichen insgesamt. Dies können wir zusammenführen und noch vektoriell darstellen und dann ergibt dies die folgende Formel. Und das ist das eigentliche Induktionsgesetz. Nun gibt es hier allerdings noch ein Problem. Um diese Spannung U12 aufrecht zu erhalten, müssten wir diesen Metallstab hier unendlich lange durch dieses Magnetfeld führen, in dieselbe Richtung mit derselben Geschwindigkeit. Dies würde bedingen, dass dieses Magnetfeld unendlich gross ist. In der Realität arbeiten wir daher mit anderen Anordnungen. Und zwar meist mit Leiterschleifen, die sich in diesem Magnetfeld drin rotierend bewegen. Auch hier wird sich am Ausgang eine Spannung ergeben. Diese ist allerdings nicht konstant, wie wir dies zuvor gesehen haben, sondern verändert sich mit der Zeit. Wir können uns dies gleich selbst herleiten, indem wir diese Skizze nehmen und sie von der Seite betrachten. Wenn wir dies tun, haben wir ein Magnetfeld, das in eine Richtung zeigt und hier die eigentliche Leiterschleife, die hinten durch verbunden ist. Hier haben wir eine Geschwindigkeit v, die ebenfalls hier wirkt. Diese Leiter rotieren also. Außerdem nehmen wir eine Stromrichtung an. Und wenn wir uns nun überlegen, wie gross die induzierte Spannung in dieser Situation ist, dann werden wir sehen, dass diese 0 ist. Weil aktuell bewegen sich die beiden Leiter in die Richtung, beziehungsweise genau entgegengesetzt dem Magnetfeld. Und da die Lorentzkraft und damit die Induktion nur funktioniert, wenn sich der Leiter im rechten Winkel zum Magnetfeld bewegt, haben wir zu diesem Startzeitpunkt, den ich jetzt hier mit 1 notiere, haben wir eine Spannung von 0 Volt. Wenn jetzt aber diese Leiter weiter rotieren, kommen sie irgendwann in die Position, die wir hier sehen. Nun haben wir genau diesen Fall, wo die Induktion voll wirkt. Wir haben beide Leiter, die sich im rechten Winkel zum Magnetfeld bewegen, in entgegengesetzte Richtungen, aber auch der induzierte Strom fließt in entgegengesetzte Richtungen. Weil wenn wir die Schleife anschauen, fließt der Strom in einem Leiter zurück und im anderen wieder nach vorne. Das heisst, wir haben hier eine maximale Spannung beim Punkt 2. Wenn wir uns überlegen, dass wir das Ganze weiter drehen, dann würden wir hier zu einem nächsten Punkt 3 kommen, bei dem wir wieder 0 Volt haben. Und schlussendlich drehen wir noch einmal weiter und kommen zu einem vierten Punkt, bei dem wir wieder die maximale Spannung haben. Allerdings fließt nun der Strom in die entgegengesetzte Richtung im Vergleich zum zuvor. Das heisst, wir haben jetzt eine negative Spannung beim Punkt 4. Diese Linien verbinden wir im Übrigen nicht mit linearen Strichen, sondern es ergibt sich aus der physikalischen Anordnung ein Sinussignal. Hier kommen wir dann zum nächsten Mal zur Situation des Punktes 1. Und das ist die sogenannte Bewegungsinduktion. Mit diesem Prinzip können wir beispielsweise in Generatoren in Kraftwerken aus mechanischer Leistung elektrischen Strom generieren. Wir haben also gesehen, dass wenn wir einen Leiter durchs magnetische Feld bewegen, ein Strom und damit auch eine Spannung induziert wird. Dass diese Spannung erhalten bleibt, muss sich der Leiter aber immer weiter bewegen. Dies können wir erreichen, indem wir eine Leiterschleife in einem Magnetfeld drin rotieren lassen. Was wir hier nicht behandelt haben, aber auch Teil des Induktionsgesetzes ist, ist, dass wenn sich das Magnetfeld verändert, auch auf einen stillstehenden Leiter ein Strom induziert wird. Und dieses Prinzip können wir uns zu Nutzen machen und weitere interessante Anordnungen bauen, die uns Möglichkeiten eröffnen, die wir zuvor nicht hatten. Und das werden wir uns im nächsten Video anschauen. So das Ganze rausküren. Sobald da ein ist, wie wir das Ganze laufen, ein bisschen was mit dem das Problem wird. Wir haben die Leiterung des Neukö CHRISI-Chef. Vielen Dank.